die kenne ich keine ahnung hallo stein mal bitte näher dich nicht ich trau dir nicht im übrigen da ist ein fast das spreng ich jetzt erst warte geht ja nicht so ich war mir die ganze zeit und ich bin jetzt wieder kein trader das spiel verarscht mich doch rayon wo hast geballert okay ich bin auch ich bin auch nicht ich bin auch nicht ich bin auch nicht ganz sicher ich habe keine waffe hilfe so wenn einer von euch traiter ist er hat eine plasmagranate auf fuhr geschossen das andere ist ein diskon violator was du gemeint hast ok das klang ist so als wäre das spiel habe ich mich da verhört vielleicht ist doch stein dein magen war vorhin am dach ach du scheiß dein magen ist es ja ich verheißte nicht die warum hast du mich rumgebracht die rache des einhorns hör auf sie zu töten wie darf man das nicht böse das geht mal gar nicht ich trage exklusive fasst mit mir rum leute ich hab gedacht steinlagen wäre lustig durch die tür ich trage es doch nicht mehr mit mir rum auch ich habe mich vorhin mit so einem pass festgepackt und wohl deswegen getötet oh ich brauche mal ich will die andere waffe alter haben wir es mich verarschen schieb ich mal kurz ähh ich habe keine waffe steinlagen geh weg geh weg wie dein magnetus geht kann man das schließen man könnte da raushüpfen ehrlich ja kann man muss sie mal raushüpfen so ich trage sie übrigens ein exclusives fasst wieder mit mir rum ich komm zu dir stein mag ich immer jetzt bei mir wenn ich auf einmal still bin ne ich weiß was hier war gerade irgendwo sonnig ja ich brauche hier rum ah du hast auch ein exclusives fasst lass sie mal zusammenstoßen ja wo seid ihr ich bin draufballern passiert bestimmt nichts wo seid ihr ne beim aufeinander stoßen passiert wirklich nichts ja wo seid ihr so fährt man sie nicht mit wo ist der fasst hin hä das kannst du jetzt echt nicht fassen das kannst du jetzt echt nicht fassen oh gott wo seid ihr denn hallo rayon ja ich hab drauf gebaggert nein ich bin kein traitor rayon ich bin kein traitor chris du hast außen du hast mich berlin berist tatsächlich aufgenommen ok in hafla hey badly wounded seid ihr aufm gartenstein mages hier ey ein bisschen am dass naja props ey manu es ist wunschzeit 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 jemand darf mir ein lustiges lied vorschlagen hier passiert bin es nicht ich hätte dich erschießen können du möchtest ein wunschlied ein liebwunsch ja 11 also lustig ist mir spaß macht nicht so dramatisch ich wollte jetzt lustig krank aber ist okay ich mache auch gerade gehört ich schieße auf den fasst achtung wieder da guckt mal wo seid ihr kommt mal hallo ich bin in der küche ich bin confirmed so wo ist der boomerang habe ich den schon aufgehoben was denn boomerang ich habe wieder da sie läuft hier rum ich bin drin ich bin drin ich bin drin ich bin drin hier verbreitet jumi hat die porto gern ich gehe mal durch warum redet sie nicht mit uns ich fühle mich ausgegrenzt hier ist ein pferd warte wer ist das da was ist das warte 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 lass mich mal gerade die leute die leute also yumi ist ein detect das ist total cool guck mal hallo 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 ok alles klar steppers läuft heute ab ok alles klar ist mir egal mach doch was er wollte ok die mädels unter sich steppe jetzt geht weg so hier ich erkläre kurz wie du das playermodel ausgünst hey 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 wie hat er denn hier gerade hä was war denn jetzt los oh mann ich die mädels halte aber total hübsch warum stimmt immer noch poli nicht besonders hier wer ist das hier wer ist das bin ich das bin ich das bin ich ist doch total cool ganz kurz einmal hol die waffen die du willst und dann ach ich mal gerade einmal gucken warte ich erkläre kurz wie du das genau auswählen kannst so cool ich schick dir das nochmal grad über das team was du da eingeben musst du musst dafür mal die konsol aktivieren die konsol aktivierst die konsole unter optionen keyboard warst dann machst du einen haken bei ok ok also ich bin bei optionen keyboard ok so weit kam ich dann klickst du auf advanced ja machst ein haken bei der europa konsol ja ok 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 ja und bei toggle console da musst du wahrscheinlich ja der will jetzt da irgendwie so was da reinschreiben soll ich bin doch freundlich ich bin ein pinkes einhorn jetzt kann so ja ja jetzt geschickt hoffentlich geschickt ist korrekt und sarah hat geschickt ja das muss ich habe gerade gesehen wie ray ja wenn du jetzt wenn es geklappt ist kannst du mit jedem player model selector aufmachen meint player model unterstrich selector selector genau selector schreibt dann noch mal einzeln hier rein weil der drückst du enter und dann müsstest du mit jedem player model selector aufmachen können ok dann dann gehe ich aber aus diesem konsole gedöns hier raus ja ja dann kriegst du einfach auf ein play player model wenn du ein player model hast ich danke dir vielen dank das ist cool das ist total cool oh species detectify rayon war was ist hier passiert okay es gibt viele es gibt verdammt viele das ist sehr cool ich habe auf sich geschossen entscheide mich jetzt mal spontan was ist hier gerade passiert und dann gehe ich dann auf apply player model und dann gehe ich einfach auf x ok dann in der hoffnung dass ich jetzt so aussehe wie ich aussehe ich sehe meine arme wie cool ist das denn hier ist so ein schneller hier warte mal und du bist du bist aus dem einen film ist disconnected was ist gerade passiert ist in der aufnahme ich bin aus dem einen fenster rausgefallen und einfach ins nächste wieder rein steinwagen hä wie ist das so achso das ist ganz unten steinwagen ich gehe jetzt einfach mal zu steinwagen also irgendwie ist hier alles so pink ist das so du bist ding okay wir können uns auf den lila einigen aber das pink ja und du siehst aus wie der eine von vendetta da ist der speedrunner ist cool der wie heißt ja auch wie heißt du hier spitze ich töte einfach weiter ich bleibe bei dir aber also ein beiden dann irgendwie ich schieße mal hier auf die mikrowelle die fliegt schön durch die luft ist das hier keine hallo habt ihr auch solider jeder sofa und so oder ist das irgendwie so ein schwach das hat hier so schimmert der grafik fix nicht hat das ist schlimm das sieht schön aus wenn wir auf pink oder lila steht der markt naja ok das heißt du musst dir nachher noch die grafik fix runterladen der ist drei gigabyte groß okay gut das heißt es kann die zeit dauern je nach deiner internet geschwindigkeit ne klar klar okay findest du offen auf dem teamspeak erst dann gleich okay nach der runde weil dafür musst du biel neu starten nämlich ne klar klar so dann mal nix schön gut endlich danke entschuldigung es hat auch zu lange gedauert ich wollte das doch klären aber ich kann nur sagen wunderschön geflogen ich hab dich nur runter geschmissen damit der kollege dich nicht wieder ganz ganz oben auf umikos channel machst du rechtsklick und sagst der datei browser da drin ist dann der datei grafik fix.zip sara kannst du übersetzen also er hat gesagt ganz oben bei teamspeak ja im teamspeak auf umikos channel machst du rechtsklick ja ja öffnen die datei die du runterladen kannst du jetzt ist dann am runterladen glaube ich ja da drin ist dann ein tutorial wo du die dateien rein kopieren musst okay das ist jetzt bei zwei prozent ich denke ich muss mit dem pink jetzt noch ein bisschen länger klarkommen das ist aber kein problem ich wäre schon froh dass ich bei euch bin und da ich gerade das wort habe möchte ich... au! ey! au! gut gemacht! wieso bin ich immer der erste der sterbt? au! aah! ich brauche jetzt jemanden dem ich vertraue mit dem ich mitgehen kann der mich beschützt komm zu mir komm zu mir ich komm komm zu mir mir kannst du doch vertrauen ja natürlich! oh ist doch das süß! ja oder? boah wie toll ich! oh ich will das knuddeln! oh wer ist das hier? wer ist das hier? wer ist das hier? ne komm! ok alles klar er ist schön knuddeln! wie lange bin ich jetzt schon noch eine waffe? bitte alle mal kurz in den stream schauen ob er lügt! fall da nicht runter! oh ich hab die zuschauer! hallo ein twitch zuschauer! ach! 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 wo seid ihr denn? wo seid ihr denn? ich bin sicher oben rechts steht's! slay isses! ok! they were a traitor! haben wir nicht mehr ne? hallo boo! hi! aah! ich riech dir einfach mal hinterher! ach krass! und schau mir deine neuen schwänze an! und zieh da noch alles ab! ist da noch ein hübsches! kann ich ähm... entschuldige! kann ich hier jedes äh... gitter kaputt machen? egal! keine ahnung! weil hier ist oben halt ein! muss man ausprobieren! warte mal! ich mach es zurück! du weißt du das nicht! hat der grad wer auf mich geschossen? ne ich hab das... hier! ich weiß nicht! bist du noch hier? ich hab's eigentlich gerade nicht kaputt gemacht! ich bin plötzlich die ganze zeit erschießen! aber ich mach es nicht! ich hab dann eben geschossen! geh doch mal! wo laufen? ok! jetzt bist du in dem stockwerk im... hi! ah! oh! ah! du hast fallschaden bekommen! hi! hi! kann ich hier? guck mal! kann ich das auch kaputt? lol! lass mal gerade! was soll das denn? lass mal nicht von mir! was? das war ein stockwerk über uns! was? da hat er an den plasma kanal geworfen! ich hab ne tür gehört! oh denn! ich hab das nicht gesehen! weiß ich nicht! ich hab nur nicht gehört! Steinmagen! was ist mit ihm? sorry! sorry Steinmagen! ich hab's Steinmagen gerade aus... sorry! das war Netflix! da stand... da stand... du kommst so mit ner Pistole aus der Tür raus... siehst mich an... bis hier def! erste Reaktion nicht! oh Gott! dann bist du's, ne? war ernst? alter! wir random killen hier grad einfach voll... und du hast grad seine Leiche aus dem der Tür geworfen... du bist! geil! sehr lovely! sehr schön! super! super Sarah! sehr gut! das war einfach super toll! es tut mir so leid! das tut mir leid! das tut mir leid! das war schön! das war einfach super toll! es tut mir so leid! ich muss aber fairerweise sagen... nicht war das mit der plasma granat! man muss einfach fairerweise sagen... eigentlich haben sie nicht leicht! alter! oh nein! sagst du es nicht! ich habe so ein... so ein Pony... auf meinen Arm tätowiert! guck ich bin ein Sven! wo bist du? jaaa! wo ist der Traitor denn von Kaule? ein Sven! das ist jedes Mal ein neues Pony! hast du das eingestellt... dass du... dass du jede Runde ein neues Pony bist? ich höre schon... da ist grad ja gestorben! doch wir kommt bei uns! ich weiß nicht wer! ciao! ich weiß auch nicht... aber ich... liegt ne Leiche am Boden... da liegt ein Pony am Boden... Rayon ist tot! was? schon wieder? das liegt ganz unten! ernsthaft? Aushalt vom Gebäude Rayon! wer schiebt hier? wer schiebt hier? keine Ahnung... ich spring jetzt vom Dach in ein Fenster rein... weil ich sehe, ob es klappt! das kann nicht wahr... ich riskiere es! es hat geklappt! ich habe falsche Atmen bekommen... es hat geklappt! wow! respekt! hi! steinmagen! ok steinmagen habe ich heraus gehört... oh gott! nein, nein, nein! nein, nein! ne, ne, alles cool! alles cool! ja, 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 ja! was denn? ich sehe alles lila! nein! denkst du wie mit mir geht? ja! hä? wo bist du hin? ach da bist du... sollen wir uns hier verstecken? nein, ich hole mir jetzt deinen Magen! ob du Zweiter bist oder nicht! ich bin ja für die Bohnen... Oh shit hier liegt ein. Okay. Und hier liegt der Zweite. Alter ich fall vom Glaube. Wenn ich einmal Traitor flieg aus dem Fenster. Okay Steinmagen. Ah okay Steinmagen. Das wird die geilste Folge. Ich seh das schon. Das könnte ne Fail Compilation werden. Oh Mann. Da tötet mich einmal jemand nicht dann fall ich selbst auf dem Fenster. Okay Steinmagen ist es. Steinmagen. Komm. Steinmagen. Du bist die letzte. Kommt die Jummi wieder weil das war so cool. Nee wahrscheinlich nicht. Okay. Kade. Steinmagen. Du bist ein böser Junge. Du bist ein böser Junge. Ich. Böser Junge. Ich versteck mich jetzt. Ein böser Mann. Muss ich jetzt zu dieser Spendenstunde noch Erziehung anwenden. Ich bin weg vom Fenster. Ich bin rückwärts rein gerannt ins Fenster. Einfach du. Geil. Ich bin schon wieder nicht Traitor. Hi Sonny. Bitte töte mich nicht. Nein bitte töte mich nicht. Sei sozial. Danke. Bin ich sehr nett von dir lieber Traitor. Oh da liegt eine Reifel. Eine Riffle. Eine Riffle. Ich hab eine Famas. Rücken das Famas auch. Ich hab eine Riffle. Ich bin hier oben. Hey Boos. Sieh dir meine nice Riffle an. Nein. Geh weg. Sieh dir meine nice Riffle an. Nein. Geh weg. Sieh dir meine nice Riffle an. Nein. Geh weg. Ich höre hinter mir auch weh. Nur ist das unten. Ich lebe schon 30 Sekunden. Das ist Rekord in den letzten 5 Runden. Also. Ich schieß nicht auf das Fass. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Steinmagen. Ich bin hier mit Steinmagen. Oh da oben ist Rayon. Agnes Veneta. Hi Rayon. Sieh dir meine nice Riffle an. Geh weg. Okay. Nein. Bitte. Nein. Bleib weg. Okay wir bleiben weg. Hi. Hi. Lass mich nicht kaputt bitte. Ich mach dich nicht kaputt. Versprochen. Dann mach ich dich auch nicht kaputt. Lass mich kaputt oder? Nein. Du kennst mich. Nein. Was ist das? Das ist jetzt kaputt. Warum wackelt das alles so? Keine Ahnung. Von was hab ich Schaden bekommen Chris? Okay. Ich hab nicht geschossen. Ja aber ich hab Schaden. Ja was. Rayon ist grad explodiert. Ach komm. Ich trau euch nicht. Er hat gesagt. Du bist der Einzige der grad oben war. Nee Sarah war hinten. Dana du warst hinter ihm. Ich war unten. Steinmagen ist bei mir. Ja aber als er gesagt hat er hat Schaden bekommen. Das war die Furzkanone. Die explodiert erst nach 10 Sekunden oder was. Ja du bist es trotzdem. Ich hab's gesehen. Ah. Also nein du weißt. Ich äh. Tu mich schwer damit dir nicht zu vertrauen. Deswegen geh weg. Ich bleib weg von euch. Ich bleib weg von euch. Das ist unfair. Was? Was? Was ist das so? Wow. Wow. Das ist. Scheiße. Sarah? Das ist normalerweise Slap. Das ist Slap. Komm 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 komm. Machst du das? Nein das weiß ich nicht. Sonst würd ich nicht sagen komm. Okay das war sehr amüsant. Jetzt hätt ich gerne Cadillac. Wow. Wer war das? Wer hat da geschossen mit der Shotgun? Ich hab nur Gitter. Ich hab nur Gitter aufgeschossen. Wow. Wow. Mr. Blaukopf. Wie ist es? Bitte. Wer ist denn Blaukopf? I am Mr. Miesix. Look at me. Wen muss ich denn zerschießen? Hilfe. Das blaue Männchen. Das blaue Männchen. I am Mr. Miesix. Look at me. Oh Gott. Wow. Sarah. Entschuldige. Okay lass ich mal durchgehen. Kein Problem. Es hat nur ganz kurz gezwickt. Oh Gott. Alles klar. Okay. Kann mir irgendjemand sagen warum ich mir so dermaßen vertraue? Ist egal. Ist egal. Tritt sich fest. Was ist los? I am Mr. Miesix. Look at me. Who is this? Who is so funny? In deinem Arsch. Nur lass mein Arsch aus dem Spiel. Da kann wohl nix dafür. Doch kann er. Existiert. Existiert. Yeah. Das war eine nice runde auch wenn ich schon wieder mal Späße gekinne. Du. Das. Hey. Ich hatte nichts dafür, dass du da reinläufst. Das geht jetzt noch nicht. Sobald ich die Sachen. Sobald ich die Waffen hier mal verstanden habe. Geht los hier. Ich bin einfach. Kann auch irgendwie. Ja soll ich. Weil sie. Hätte das irgendwie koordinieren müssen. Hi. Oh. Tut mir leid. Darf ich dich anschießen? Alles Entschuldigung. Nein. Bitte nicht. Aber du darfst mich anschießen. Bei mir ist doch alles wo? Wie seht Steinmagen? Wow. Du darfst dich anschießen. Also entschuldigung. Oh nein. Wo ist der? Ich sag mal was. Ja die das. War das doch. Über uns. Oder war das unter uns? Oh Gott. Das war hier. Das war hier. Das war ich. Sorry. Wer schießt hier? Ja. Ich habe hier gerade die Gitters erschossen. Hi. Ich komme wieder runter. Oh Gott. Ich gehe dir diesmal nicht nach. Da hat jemand einen Brandkanade gebraucht. Ausnahmsweise. Ja ich sehe es. Ist jetzt noch nie gut gegangen. Ich sehe es auch. Ich sehe es auch. Ich sehe es auch. Ich sehe es auch. Oh da ist noch ein Gitter. Da schieß ich auch noch auf. Hoi. Oh noch ein Gitter. Geh weg mit deinen neuen Schwänzen. Ah. Du hast doch selber so einen wuschigen Schwein. Ich habe gerade geschadelt. Ich habe gerade geschadelt. Ich habe gerade geschadelt. Ich habe gerade geschadelt. Ich habe einen wuschigen Schwein. Wo seid ihr denn? Ich sehe es doch nicht. Gott. Meine Wache bitte. Nein. Hi. Seid ihr oben? Hallo? Ich habe in meinem Let's Play nichts vorhin. Ich habe in meinem Let's Play nichts vorhin. Du auch nicht. Sarah? Ja? Ich habe an. Ich glaube Spezi ist es. Iron Man. Iron Man. Wir haben einen Iron Man. Nein 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 nein. Ich bin Iron Man. Ich bin Iron Man. Batman. Batman. Ich bin Iron Man. Du bist Iron Man. Du bist Iron Man. Ich bin hier. Was? Ja wo? Krass. Warte mal. Bist du es? Ich höre gar keinen mehr. Hilfe? Ich bin auch noch am Leben. Aber ich bin es nicht. Papa? Ich habe Angst. Ich höre Stimmen aber sehe keinen. Ja ich habe dich gerade gesehen. Ich war hinter dir. Ja. Ach da. Warum schießt du? Warum schießt du? Oh Gott. Steigen mal. Steigen mal. Steigen mal. Steigen mal. Steigen mal. Ich weiß schon. Ich nehme mir in Zukunft vor, dass andere kommentieren für mich. Das läuft besser. Yucatan ist reiß. Ich werde dich auch nehmen für dich. Ja natürlich. Ja. Ich lasse nur noch Let's Play. Die war nichts mehr selbst. Ähm. Also ich wäre jetzt spontan dafür, dass ich da hingehe wo die anderen Leute hingehen. Was ist Yucatan? Was ist Yucatan? Dann gehe ich zu das. Yucatan ist die Counter-Strike Map Aztek. Nur modifiziert. Hey! Das ist Luigi. Ja hey. Hallo. Ist das am Ende dein Ernst? Hast du nicht gewusst? Ah. Luigi.